Hi, mein Name ist Annika. Herzlich willkommen bei mir im Pilates-Zentrum Erfurt. Ich bin seit Ende 2013 wieder zurück in Deutschland. Ich war vorher zehn Jahre in der Schweiz. Ich komme eigentlich aus dem medizinischen Bereich, war dort Krankenschwester oder Stationsleitung im Bereich Palliativ und Demenz und habe dann irgendwann mal nebenbei so eine Trainerlizenz gemacht, was sich dann bis zum Studium hochgezogen hat. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ganz das Feld zu wechseln und bin dann irgendwann nach Erfurt wiedergekommen, meine Hometown und habe mich hier selbstständig gemacht im Bereich Personal Training, habe dann durch einen glücklichen Umstand auch hier das Zentrum mit übernommen. Und bei uns könnt ihr quasi Personal Training natürlich machen, auch zu zweit, wer als Paar trainieren möchte. Und wir haben auch Gruppenkurse, das heißt, wir haben große Mattenkurse mit maximal 13 Leuten, die arbeiten mit sämtlichen Kleingeräten, Bälle, auf der Matte, ohne alles, Rolle, da gibt es eine sehr breite Auswahl, Schlinge etc. pp. Und wir haben Mathe- und Gerätekursen. Wir trainieren auch an den klassischen Pilates-Reformer-Gerät. Josef Pilates hat ja ungefähr 99% seines Trainings an diesem Gerät gemacht. Und für den war Mathe Königsdisziplin. Wir kombinieren gern beides. Also ihr könnt es in Mathe- und Gerätgruppen trainieren und auch auf der Matte.